Komm es? Wir sehen gar nicht mehr Zeug. Wisst ihr was da drin ist? Hallo meine Freunde. Hallo. Ganz trotzdem mal wieder auf Millex Welt. Wir machen heute die Lunchbox-Switch-Challenge. Wir tauschen unsere Lunchboxen. Und zwar, ihr werdet es glaube ich sehen, wie wir es machen. Wir machen schnick schnack schnuck. Derjenige, der gewonnen hat, darf reinschauen. Der andere nicht. Und dann muss sich der andere, der nicht gewonnen hat, entscheiden, ob er die Lunchbox tauschen will oder nicht tauschen will. Und dann schauen wir mal, was bei denen immer rauskommt. Also wie gesagt, im Laufe des Videos bekommt ihr es mit. Und wir sagen viel Spaß beim Video. Ja. Ah, apropos der Beauty and the Beast. Ich kann jetzt hinter der Kamera serviert. Hallo. Okay. Uh, ich nehme die. Wir nehmen so, wie es sie uns gebracht hat. Nicht heben. Nicht heben, einfach so lassen, okay? Also, jetzt machen wir. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Oh, Milet hat gar nicht. Das heißt, sie darf reinschauen, macht dann zu. Ich schau weg. Und dann fragt sie mich, ob ich tauschen will. Ich gebe sie auf. Ich darf eigentlich wissen, was drin ist. Genau. Ah, du willst. Also. Ja, schon. Wirst du tauschen? Ja oder nein? Ich tausche nicht. Ich tausche nicht. Ich tausche nicht. Okay? Okay. Also dann schauen wir mal, was drin ist. Ich habe die Zwiebel. Oh, gut, dass ich nicht getauscht hat. Schaut mal. Ich habe Erdbeeren. Ich kann nicht, wie geizig warst du. Da sind nur zwei Erdbeeren drin. Muss ich reinbeißen? Gib mir mal bitte Milch. Ich liebe es. Also, war eine gute Entscheidung von mir? Warte. Na ja, eine heb ich mir von später auf. Aber bitte nicht da reinspucken. Gut, dass ich die tauschen habe. Die hat tatsächlich reingebissen. Willst du rausspucken? Sie muss rausspucken, schnell! Mille muss rausspucken. Cut! Es kann weitergehen. Also, bitteschön. Jetzt bin ich gespannt, dass du das reisst. Also, jetzt da. Nicht schummeln. Ja, schenk, schenk, schenk. Kann ja nicht wahr sein jetzt, oder? Also, ein Punkt für mich. Ich habe ein gutes Kaffee. Okay. 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 Willst du deinen Behalt oder umtauschen? Diesmal tausche ich. Diesmal tausche ich. So. Fertig, los. Ich esse doch keine Katzenfutter. Ah, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Ich esse halt kein Katzenfutter. Also, ich habe Geflügel wieder drin. Ich esse halt kein Katzenfutter. Schau mal, was du Läh drin hast. Ich esse kein Katzenfutter. Nein, schau mal. Nein, nein. Weißt du, wie lecker das ist? Nein, ich esse. Komm, darfst bei mir eine abbeißen. Das ist echt Katzenfutter, Leute. Mal, IK, du kommst auf solche... Also, 2-0 für mich. Die kommt auf Ideen. Ich weiß mir selber nicht, was drin was ist. Also, was was ist. Okay, also. Sing, sang, schau. Sing, sang, schau. Nein. Diesmal ich, oder? Ja. Okay, also nicht schau. Ah, okay. Willi. Willst du tauschen, oder nicht? Ja. Du willst tauschen? Okay. Eins, zwei, drei. Yay. Alles. Lecker. Ich habe eine echte Banane. Und Leigh hat eine Schokobanane. Da ist Schoko drin, oder? Doch, machen wir in die Mitte auf. Ah, da kommt Schoko. Ey, da kommt der Schoko. Cool. Was meinst du, welche die gute ist? Deine? Okay, dann zählen wir einfach ein Kussi. Die 2 zu 1 stehen. Oder? Zucker. Mhm. Also, es ist aber beide gut. Ja, das war schon gepumpt. Da bin ich wieder. Da ist sie schon wieder. Also, gucken wir mal. So. Gedanken lesen. Gedanken lesen. Ich weiß nicht, was sie war. Sie schummelt eh. Schummelt. Sing, sang, schung. Oh, ich gucke weg. Das ist peinlich. Okay. Kannst du wieder schauen? Ja. Also, tauschen. Ja, dann ein. Ich glaube, ich tausche nicht. Ich tausche nicht. Nein, 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 nein. Okay. 1, 2, 3. Ich habe einen leckeren Kuchen. Fleckenkuchen. Und was hast du drin? Hm? Was ist das? Oh, ein trockenes Brot. Wie die Milch. Der Punkt geht wieder an mich, meine Liege. Ha, ha, ha. 3 zu 1, oder wie? 3 zu 1, will ich machen. Hm. Lecker. Ich glaube, du machst das super. Ja, Mama hat halt Glück, meine Lieben. Und Lea hat beim Sing-Shan-Shan Glück. Was heißt das Sing-Shan-Shan überhaupt? Sing-Shan-Shan. Das heißt, stellst du ihre Parfum? Lea hat gesagt Sing-Shan-Shan. Okay. Nein, ich kann Sing-Shan-Shan-Shan und Sing-Shan-Shan. Also, die meinen sagen, Sing-Shan-Shan-Shan. Ah, okay. Sing-Shan-Shan-Shan. So, der letzte Gang. Also. Sing-Shan-Shan. Sing-Shan-Shan. Du, du, du. Sag mal, das gibt es doch gar. Habt ihr irgendwas gemerkt? Die gewinnt andauernd bei diesem Steinschere-Papyrra. Das heißt, egal. Also, ich gucke weg. Ups, oder? Ich schaue. Okay, einfach gut, schon fertig. Okay, kannst du schauen. Ähm, was mache ich dieses Mal? Ich habe jetzt nie getauscht, glaube ich. Einmal habe ich bloß getauscht, gell? Ja, ich tausche nicht mehr. Was hast du so wichtig mit dem Tauschen? Irgendwas läuft erschienen. Ja, nein. Halt, weil du einmal getauscht hast. Okay, dann tausche ich halt. Einmal. Okay, einmal. Tausche. Okay, kann. Letztes Mal. Eins, zwei, drei. Thomas? Ah! Nein, ich bin jetzt weg. Bist du, was da drin ist? Ah! Ihhh! 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 Das ist! Wollen wir? nachher wieder in den Garten, meine Lieben. Wieder in unser Beet rein. Die hat sie bestimmt aus unserem Beet raus. Die ist so böde. Aber ich habe trotzdem gewonnen. 3 zu 2, oder? Schmeckt's, oder? Ja. Echt? Toll für dich. Was hast du denn überhaupt mit dir? Ja, die hat es ihnen mal gezeigt, sie hat Pommes, selbstgemachte Pommes drin. Also, schau. Wir machen es jetzt so, du musst riechen. Okay, ich rieche mal. Ich rieche wirklich. Also, sind ja auch nur Lebewesen, oder? Ja! Also, die riechen nicht. Die stinken auch nicht. Alles gut, meine Lieben. Nein, nicht ersticken lassen. Nicht ersticken, wir gehen mal wieder in den Garten raus nachher. Also, meine Lieben, das war's mit unserem Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Abonnieren, Glocke aktivieren, das Video liken. Und meine Blüte in die Wies vorbeischauen. Genau, das ist wichtig. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!